Christine Schwanes, es ist Silber heute Abend, aber Sie sind vor 13 Monaten Mutter geworden. Sie hatten einen kleinen Unfall mit Ihren Hand. Was ist Ihr Gefühl? Ja, ich bin auf der einen Seite total glücklich, dass ich heute hier sein durfte, dass ich mir das wieder erarbeitet habe, dass ich hier sein konnte und den Wettkampf genießen konnte. Auf der anderen Seite natürlich etwas traurig, weil, naja, ich hatte mir ein bisschen mehr als Silber vorgenommen. Wie war es, um hier zu helfen in diesem Stadion? Total klasse, also das Publikum ist der Hammer, das ist toll, einfach unglaublich.